Hey Leute! Willkommen zum 4.000 Abonnenten Special! Geil! Unglaublich krass! Vielen, vielen Dank! Wir sind überwältigt! Pyrisch überwältigt! Das ist so krass wie schnell das ging! Funke Lufthäuler! Wenn man sich einfach nochmal vorstellt, 4.000 Leute, das ist so die Masse! Das ist echt derbe! Vielen Dank, dass ihr uns derbe unterstützt! Mega dankbar! Wir freuen uns über jeden einzelnen Abonnenten, über jeden einzelnen der die Bimmel anmacht und über jedes einzelne Kommi und liked sowieso! Es ist echt einfach der Hammer! Wir haben uns halt überlegt, wir heißen ja nicht umsonst Pyro Specials! Auf jeden Fall haben wir hier jetzt dieses Jahr zu Silvester unglaublich viele Specials gedreht und 4 davon hattet ihr zur Auswahl, also mit die 4 geilsten Dinger hattet ihr zur Auswahl und konntet euch aussuchen welches ihr als 4.000 Abonnenten Special jetzt sehen wollt! Und ihr habt alle die Nummer 4 gewählt und das ist es hier jetzt! Dann hängen wir da mal 3 Nullen ran! Richtig schönes Teil, 8x Beastmaster, hier seht ihr das jetzt! Und 20x Leslie Gold! 10x links, 10x rechts! Geile Ausbreitung! Das dürfte ziemlich fett werden und wir hoffen euch gefällt das so doll wie uns und immer weiter am Ball bleiben und Abo und Bimmel an, falls ihr es noch nicht gemacht habt! Definitiv! Und ja, dann würde ich mal sagen raus und Feuer an die Leute! Feuer an die Runde und Kopf in den Nacken nicht vergessen! Bis gleich! Bis gleich! So jetzt werden wir das Ding hier mal richtig schön verzündeln und so haben wir es verleitet! Wir haben nämlich Kabelbänder vergessen und so! Tja, jetzt haben wir ein Stück vom blauen Sack abgerissen! Das ist leider sehr windig, wir hoffen das geht klar so! Ich nehme jetzt mal meinen sicheren Film Place ein und der Major haut das dann an und dann geht das los hier! Los geht's doch. WOOOOO! Wuhuuu! Boah, was geht? Wie heftig was das denn? Alter, scheiß die Wand an, frohes Neues, Leute, guten Rutsch bis nächstes Jahr, huuuh! Ohohoho, es geht, Alter! Alter, richtig heftig, ne? Richtig heftig, ja. Auch alles gezündet, ne? Perfekt. Das war so das geile Ding. Und, obwohl ich weit genug weg war, war ich irgendwie nicht weit genug weg, um das vernünftig zu filmen. Also, die Feiertöpfe waren einfach genauso epic, wie das, was am Himmel losging. Ich wusste überhaupt nicht, was das hin soll. Ich hab so hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Alter, richtig, Leute, wir hoffen echt, euch hat das Video gefallen. Ja, geil, Silvester, Silvester. Das war unser Special Special Silvester 2017, 2018. So sieht's aus, Kinder. Power-Special, Daumen hoch, Abo, Bimmel an. Ja, Bimmel an, bloß nicht vergessen, Alter, geht ab, ey. Geil, geil. Sehle, 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 geil. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020